servus und willkommen zu einer neuen folge von get in your horizon ja der wo sich die speedup folge angeguckt hat der hat gesehen ich habe da hinten angefangen mein berg etwas platt zu machen wir sind schon etwas weiter unten da hinten sieht man auch noch kisten da wird es natürlich irgendwann noch weitergehen wie gesagt der bereich fehlt jetzt noch kann ja mal kann ja mal kurz hin flattern dass man wenigstens ein bisschen was sieht also das heißt der ganze berg ist jetzt bis hierhin schon mal geschnitten und zwar komplett über die länge und wie gesagt das wird es dann irgendwann halt noch mal weitergehen dass man halt dann den restlichen berg auch noch weg hat und das zeug weg hat und in der folge habe ich dann oder ja im speedup habe ich dann auch noch hin bin ich auch noch hingegangen und habe die felder mir mal angelegt momentan ist hier halt muss den uhr wieder auf dem boden legen da ist jetzt pepper ich habe das jetzt erst einmal für mich so gemacht dass ich immer das genommen habe was in den jeweiligen gardens drin war also das heißt alles in die richtung seine garten und in die andere richtung also hier entlang ist dann der zweite garten und der wird halt ein bisschen länger und das passiert halt auch in die andere richtung aber da drüben habe ich auf jeden fall ein paar kleinigkeiten wo ich sagt die werden auf jeden fall größer angelegt so genau das haben wir gemacht das wird noch weiter gehen wie gesagt das wird auch noch in die richtung wachsen dann wird auch hier noch einiges weg kommen genau es ist schon mal so in den planen wo ich sozusagen als wenn ich mal ein bisschen nur was machen will dann gibt es wenigstens eine speedup folge oder wenn es halt kurz genug ist dann halt vor oder nach folge oder vor einer folge nach folge und wenn es sein muss auch noch dasselbe haben wir schon alles geschafft so dann war ich noch im twilight denn wir möchten heute ein bisschen hier was machen denn ich habe mir mal die ganzen infuse stones geholt also das ist terra er ignis und aqua und die anderen zwei die lagen von hinten die haben uns ja zusammen schon geholt und wer sich jetzt fragt hat wie kommst du so schnell an diese ärzte das ist ganz einfach dafür habe ich die winst du würde ja auch gerade einstecken denn amber ist in allen dreien drin also ist ganz einfach zu finden ember nehmen herr herr die aqua und einfach dann entlang latschen und irgendwann sagt er du hast du hast du hast du hast das und dann runter gehen bisschen was sammeln weil wir brauchen sie war das mach mal so halb miteinander genau so dann der ist auch immer wieder mal gelaufen das habt ihr glaube ich auch in der speedup folge gesehen 48 habe ich noch das heißt ich kann den auf jeden fall gleich noch mal laufen lassen und wenn ich jetzt ziemlich fix bin dann dann gibt es auf jeden fall noch eine maschine oder vielleicht sogar zwei aber auf jeden fall eine so das wichtigste das wichtigste das wichtigste das wichtigste ist ich will habe ich mir die überhaupt schon raus geholt ja ich habe mir den sogar ins falsche raus geholt ja genau drück drück mal auf die falsche taste großer habe jetzt noch nicht gemerkt auf was ich für eine taste gedrückt habe ne ja 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 und das ist andere ist da also nee das wird drag hast du vergessen du brauchst du noch die circuits ich glaube nicht dass ich die noch hinkriege so dann heißt es jetzt nämlich für mich ich brauche noch die elektrolyse elektro leiser und da brauchen wir auch auch im falschen auch im zweiten also das wird die erste maschine das wird die zweite maschine die sogar einfacher ich brauche einfach nur gut sag jetzt aber ähm ich brauche das auf jeden fall und das wollen wir jetzt auch als erstes machen äh genügend aluminium haben wir ja die die wo gerade jetzt augen gekriegt haben ja drag hat ein bisschen aluminium durch ja wir haben jetzt mittlerweile 28 stück ähm und hier kein strom mehr ja das ist der nachteil wenn man äh mittlerweile zu viel ähm Sachen durchjagt ich komme teilweise nicht mehr hinterher mit dem strom darum sollten wir uns auch mal demnächst kümmern ähm ähm eventuell mal das erste fuel machen dass wir dann sagen können okay ähm wir wir machen wir machen länger und besser strom ja und irgendwann kommt noch dann der äh chemical reactor dazu dass man dann da auch mal andere sphären vor vor stößt weil dann kommt dann nämlich polyethylen und mit polyethylen kommt der rest genau so dann haben wir ein aluminium rot dann äh ab rein ich brauche nur eins bitte dann haben wir unsere vier bolts und dann wird er ab in die late und wir haben unsere aluminium schrauben teil 1 erledigt so die allen cap dafür brauchen wir eisenfolie wir brauchen einen ring und auch vier schrauben okay der eisen ring ist glaube ich ist kleinste problem so drag vergess nicht du brauchst zwei davon als hätte ich es als hätte ich es als hätte ich es äh äh ähm absichtlich richtig gemacht nein habe ich nicht ich habe außerdem zwei stück einstecken ich hätte jetzt alles behaupten können ich weiß aber nein so dann brauchen wir davon zwei so und dann brauchen wir jetzt noch einem assembler die nummer zwei und das ist mittlerweile mein spiel spaß und spannungs so du hätte durch jagen du bist ja komplett voll den falschen ausgelehrt so zocken wir mal dass da noch über 50 drin sehr erstens auf jeden fall sieht oil und jetzt brauche ich einen stick ganz dick auch nur einen ne ja war glaube ich nicht das schlechteste dass ich noch ein bisschen zieht oil aufgehoben habe ich müsste eigentlich auch demnächst mal wieder welches durch jagen mit erde und moment mal drag du hast gerade ein fass erde dort stehen okay das problem ist eigentlich mittlerweile dass ich fast keinen sand mehr habe okay also sand und dirt und circa 2 ok viel spaß dann räumen wir mal schon mal das auf ja wie gesagt man fasst die halt zusammen wenn man sich vorstellt dass ich da auch schon ein halbes fass ab mit kompressed dirt und erfreut man sich ja jetzt muss der kleine katschi noch da reinschmeißen so und jetzt muss er die naga scale na wo hat der kleine die denn hin die hat er dahin er hat sie gerade er hat sie gerade per t drauf gedrückt haben wir gesagt ist nicht da genau nächstes was ich mache ist ich lang drauf und hab sie danke fürs gespräch okay so dann brauchen wir jetzt die iron cap also iron cap 1 2 haben wir und was brauche ich jetzt für mein alles klar also die kommt da hin es kommt da hin es kommt da hin du kommst da hin und eh voila wir haben unseren ersten soundcraft zauberstab den ich jetzt noch nicht claime so dann möchte von mir als nächstes retrival task muss es bauen muss ich nur hoffen dass ich noch ein noch das ist noch wind ich war mir sicher ich hatte noch eins übrig ich bin mir noch nicht sicher wo also ich kann jetzt mal gucken ob das oh okay hat gereicht passt auch erledigt so dann kommt als nächstes das ganze warpzeug ähm ich muss es abchecken aber das werden wir irgendwann mal äh später wenig durchgehen äh da bin ich nämlich noch nicht ganz im bilde so und jetzt brauchen wir das saumometer und für saumometer brauchen wir eine diamond lens exquisite diamond schauen wir mal ob wir sowas haben wenn nicht müsste ich einen einen diamantblock basteln ich muss einen diamantblock basteln weil wir haben alles mögliche nur keinen exquisiten ist das sonst eine möglichkeit nein so wie viele diamanten habe ich sieben sieben toll ich schaue jetzt mal schnell mal hier rein da war noch mal acht da war noch mal acht hier sind die anderen zwei merkt grad nee ich habe stimmt ich war ja nur oben und habe es bei die zu abgebaut aber habe zufälligerweise den anderen glaube ich auch noch gekriegt wenn nicht darf ich gleich nochmal rüber also da haben wir schon mal nix bin ich gespannt wann ich gleich wieder kommen runter rennen darf wenn ich wieder was vergessen habe ich habe nur glaube ich habe ich meine liste gerade offen also vor ist glaube ich unten ich glaube das geht nicht ich glaube auf jeden fall nicht auch kaputt da ist cool das ist ein brennfaktor du auch nicht aber wenn der durch ist ok also dann brauchen wir noch golditem casing auch gott sei dank ja und jetzt bin ich natürlich in kurs ist klar es wird nicht gehen da war ich ein bisschen zu euphorisch wieso nämlich das mit jetzt funktioniert doch nicht weg das funktioniert doch nicht da ist aber davon haben wir acht davon haben wir 32 das ist super weil dann haben wir auf jeden fall auch unsere platten und vielleicht auch ein bisschen gleich das ganze zeug für die circuits also du musst da rein ja sehr gut ich musste sagen ich haus heute raus dann hätte ich gesagt dann brauche ich noch meine acht diamanten und in kohle das das ist schön dann habe ich nämlich auch neun dann nehme ich auch schon erledigt kann ich mal schnell in die quest gucken also saumometer brauche ich jedes einzelne weil das dauert sowieso dann ein bisschen bis ich die lens bekommen das heißt wir haben ein bisschen zeit der low voltage transformer der low voltage transformer transformiert mv zu lv oder lv zu mv das ist nicht die hohe kunst das finde ich sogar sie haben wir noch jeder rumliegen nein da ist jetzt eigentlich weg hat kein stahl er das größere problem aber das ist auch nur ein kleines damals machen wir machen wir schnell das glaubt zumindest dass es geht aber dann ist es nur eisen was kaputt ist dahin ich mache auf jeden fall mal rough iron dust weil stahl ofen habe ich natürlich immer noch nicht aufgestellt ich habe auch noch nicht kohle abgebaut weil zwei hände zwei füße im kopf sonst muss ich hoffen dass er durchläuft was uns haben wir ein problem ich habe nämlich keinen kompressor hinten habe ich hier kohle rumliegen ganzes ein ganzes kohlestück sie aufpassen dass sie jetzt nicht jetzt übertreiben anfangen dann hätte ich gesagt holen wir schnell kohle lassen wir den kompressor anschmeißen ja und was man alles denken muss da ist nichts drin da ist was drin was genau das drin was ich brauche ja die anderen zwei darf ich nicht anschließen weil da fehlt mir das wasser wenn da das wasser reinkommt dann stehen da draußen keine maschinen mehr wollen wir nicht die stimmte beine sind beim maserator beim großen und weg du bist jetzt gerade zum dritten mal an den bösen vorbeigelaufen mittlerweile müssten die diamanten durchgefahren schmolzen sein kannst du auch mitnehmen hast du nämlich auch dabei ich glaube aber sowieso noch zweimal hin und her weiß ich jetzt schon also einmal weiß ich definitiv weil ich bin mir gerade nicht sicher ob ich probiere war ein diamant block ja okay wobei der braucht nur 15 sekunden aber erst einmal maserator ran davon haben wir schon mal zwei doch das müsste reichen dann hätte ich mir gesagt um jemals 16 stück jawohl aber passt dann wenn wir hier schon langlaufen klicken wir hier mal drauf dann machen wir aus den kaltren einen für soundkraft von nebenbei erledigt so und jetzt brauche ich davon 180 liter und ich bin schon wieder begeistert ja 180 liter das heißt wir brauchen 80 liter okay aber das geht ja schnell da kann ich das sogar wieder zurück tun kann man immer wieder machen das ist jetzt kein beinbruch da kann der nämlich auch arbeiten genau dann hätte ich gesagt wir machen mal den test und zwar ich brauche jetzt aus deine einer zwar mal oxy wir kommen jetzt hier rein und wir schauen jetzt noch mal nach rough iron da dürfte es nämlich einen blast furnace rezept geben und zwar und zwar copronickel auch mv haben wir sowieso auch fünf sekunden ich brauche oxy und ich brauche den circuit nummer 11 sagt nummer 11 haben wir drin und rough iron und tadaa so hat man in fünf sekunden stahl das ist nicht super ja und mit jedem mit jedem ebf der wo halt sozusagen dann in die nächste stufe drüber hat braucht er noch mal 50 prozent weniger glaube ich also wie gesagt stahl ist jetzt nicht mehr das problem ist problem ist halt momentan wirklich noch das dass ich viel zu wenig energie habe also das ist das muss ich jetzt halt dann peu a peu auch wenn ich wieder hier rum äh 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 klapp aus da dann mal immer wieder mal äh wieder auffüllen und schauen dass ich mal ein bisschen stahl herstelle ich habe jetzt bestimmt kein zufutter oder nein ja wie gesagt wenn dann jetzt dann demnächst der extruder erscheinen wird dann habe ich damit auch keine probleme ich brauche so wo habe ich die hin 12 müsste nicht das sein was ich am meisten damit habe oder ich weiß das behaupte ich jetzt soll meinem jugendlichen leicht sind habe ich kein zufutter eingeräumt habe ich es nicht habe ich das so vorhin geschmissen zuvor wo wohnst du da drin wo ja sage ich doch ich glaube da kommen nur ein stück raus so wir haben auf jeden fall wieder zwei stack gartensäule das heißt ich kann meine felder nur noch weiter machen nehme ich uns auch raus gegangen jetzt ist mir sand ausgegangen das heißt ich habe recht gehabt es war zwei statt 24 nur 22 nummern drunter dann gehen wir mal bitte den zweiten dankeschön dann brauche ich dich und dich man kann jetzt eigentlich wirklich sagen also mv ist jetzt eigentlich das meiste wo sich jetzt alles verbessert oder sehr viel verbessert also ab mv bekommt man poly dann hat man die heißen sie den extruder dann den elektrolyzer das heißt man kann sehr viele rezepte auf einmal halt durchjagen man bekommt lithium o must durch clay ja dieses biom hier schon bombe sondern brauche ich noch mal vier kabel davon und da war einer da war einer ein wenig zu euphorisch oder habe ich rein zufällig ja doch nicht können isoliertes habe ich nicht und das war es dann so so und nochmal neun und diesmal fangen wir mit kupfer an aus 128 sind 4 x 32 und wir haben den low voltage transformer so dann nehmen wir mal gleich den soft meldet mit denn diesen schönen block schließe ich jetzt hier an aber der ist jetzt auch schon da dran ich hoffe dass der kein blödsinn nach hinten baut weiter gibt ja auch strom ab dass ich da jetzt da eine runde kreisdreh aber momentan jetzt wenn wir so drauf schauen steht es dort mv 1 ampere ist gleich lv 4 ampere ja leider nein das wäre nämlich komplett falsch wir wollen das ding umdrehen und jetzt steht dort 4 also lv 4 ampere ist ein mv ist ein ampere mv genau das ist das was wir jetzt erstmal wollen und da kann ich dann immer wieder meine maschinen dann hin machen und dann anderen einfach nur drehen bis man soweit sind so ich habe jetzt die diamant platte und jetzt muss ich die diamant platte in die lace reinschmeißen richtig sehr schön ok also das haben wir auch das haben wir jetzt auch soweit fertig der ulv transformer dafür brauche ich simple or washer den machen wir auch demnächst ich weiß ich mache alles demnächst jetzt schauen wir mal hier ich brauche zwei wood pulp und 288 kleber dann hätte ich gesagt einmal kleber und wir gucken wir für braucht man das nur ah ok ich habe dich raus also das aus acht stück kriege acht stück raus das ist mal eine vernünftige sache hier so geht ein frau mal also kleber kleber ein halb rein ab geht die hebel der fahrt so jetzt wollen wir 16 gold war ja also wir brauchen jetzt 16 gold war ja jetzt habe ich sie auch in die weihermüll geschmissen jetzt habe ich auch eine chance dass ich welche krieg so und jetzt haben wir hier die diamond lens und schon wieder dunkelheit du kommst weg so du kommst da ah Mist ich habe da was ich habe da meine gold dinger vergessen ich habe da meine gold dinger vergessen 16 gold haben wir auch gleich einstecken habe ich toll gemacht weil ich weiß ja dass ich jetzt gleich ein bisschen platz brauche also kein problem einfach alles ins inventar so dann brauche ich jetzt aqua habe ich den schlüssel dabei habe ich also habe ich schon abgesperrt sehr schön also ich brauche aqua und ich brauche luft ja du kommst da rein du kommst da rein 1 2 1 2 1 2 1 8 das ist toll ne kann jeder vor allem 1 2 1 2 ist 8 das kann fast gar keiner ja komm komm her und den jetzt auch gleich los also wasser kommt über feuer und die luft unterhalb von terra aber ich glaube das wäre fertig rum und das habe ich nicht da komm erstmal noch ein biskuit dann dann heißt das jetzt 1 2 auch hier 1 2 ich hoffe dass das funktioniert was ich jetzt vor habe ich glaube ich gebe den weg soundcraft da finde ich es eher was ist saumometer manometer ach komm schon jetzt habe ich jetzt habe ich aber genügend platz habe ich nicht habe ich jetzt genügend platz das ist aber nicht ich habe ich habe hier nirgends stein doch habe ich aber kann ich hin beim abbau machen das wird jetzt dann sowieso wieder lustig die ganzen flächen zu machen also die ganzen sachen dazu machen so die wollte ich auf jeden fall auch noch fertig kriegen dürfte aber eigentlich kein problem sein denn das haben wir auf jeden fall jetzt schon mal alles dann kommt das jetzt als nächstes jetzt gucke ich aber noch schnell vorher nach im chemical reactor mit eisen 3 chlorid ok nein also davon sind wir malen weit weg wirklich malen weit bis hin so verfolgen kann man gar nicht sehen so ich bin noch mal also ja ich mag es ja nicht über die folie also machen brauchen wir ein gold kabel so den weg sind wir gegangen hahaha und jetzt haben wir natürlich den großen weg noch weil jetzt brauchen wir dann gallium und arsenic und äh dann muss man arsenic crystals herstellen und dann braucht man da die dioden ich tue mir jetzt schon leid das machen wir aber beim nächsten mal weil direkt versucht man die zeiten einzuhalten hier haben wir was neues wie gesagt ich werde jetzt immer wieder mal ein wenig was scannen ja da wird zum beispiel kabel da dürfte gehen genau und dann werde ich peu a peu mal alles ein wenig durch scannen dass wir dann beim nächsten mal da auch ein bisschen weiter gucken können das einzige was ich noch gucken will beziehungsweise vielleicht sogar zwei sachen noch für alle die wo jetzt vorher abgeschaltet haben tja ähm ich bin bei er wurde mir jetzt geklaut mir wurde Soundcraft geklaut bin ich jetzt blind aber sowas von da ist es genau ich brauche noch ein scribing tool und zwei tische die zwei tische macht man mit einer heißen schraube das kriegen wir hier hin dann brauche ich jetzt fünf habs labs 20 habs labs das kann ich einpacken hierüber schrauben dreher kommt hier hin die vier schrauben haben wir hier die vier haben auch so jetzt brauchen wir 16 papier und subscribing tool das heißt ich brauche jetzt Glasflasche und rubber round ok das haben wir auf jeden Fall da ok rubber round ok wenn man inventar so 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 kriegen füge voll es geht nichts oder wird ok so die glasflasche habe ich vorne hoffe ich glaube ich habe noch eine leere das war dann glasflasche rubber round und genau dann ist es das und dann brauche ich ein freundlichen zombie der eine auf die mütze kriegt ich glaube noch nicht dass ich noch eine zweite flasche habe so inks habe ich auf jeden fall dort aber die federn habe ich nicht so das war jetzt dafür achso achso ok dann musst du mal schnell heraus was habe ich denn da hinten alles was feines sachen so war es ist denn da tätig mit selber hauen dass man nicht alles erschenken ne ich habe momentan nur keine leeren flaschen mehr äh ja ink vielleicht noch genau so dann kommt es nämlich der tisch hier hin und hier hin und der tisch kommt hier und hier hin haben wir das graben tool nummer eins und das graben tool nummer zwei und wir haben die tische schon mal fertig finde ich lässig und dass er die graben tools nicht erkannt hat finde ich total böse böse track weil ich sie wieder einzeln raus habe ja ja jetzt machen wir mal schnell die eine quest auf dafür brauche ich nämlich ein table achso dafür brauche ich nochmal zwei table ich hätte vielleicht noch eine idee ähm ich brauche zehn stück so dich also dich kann ich einpacken dich lass ich da dich tue ich einpacken ich lass ich auch da dann haben wir hier zehn stück so wir müssen mal schnell ein bisschen ein wenig rumhüppen so wenn ich jetzt hier mal nahrwasser trink aber ich habe mal eine leere flasche und der energy drink ist von pam da kriege ich keine flasche komm kom Lein verursacht der orc war fleißig und trik war ein idiot ich bin da froh dass ich gerade in die plastik rounds heraus habe wie war das mit zeit und so drag und machst du ich brauche noch mal davon zwei ach so brauchte nicht aber auch noch mal zwei wedern auch die haushühner die woher rumlernen rennen gerannt sind es sind auch schon weniger geworden weil ich habe gedacht ich ich wohne auf dem bauernhof das haben wir gleich mal abgestellt nein also auf jeden fall schreiben tool reichen jetzt aus ein bisschen so und jetzt brauchen wir den da ok wir brauchen noch schnell das buch und ich vermute ich muss in den reiter also gibt hier ein paar reiter da gehen wir auch irgendwann mal drauf ein er da wird sehr wichtig so was sagt er jetzt ach weg denk doch mal nach ich weiß schon länger her dass zusammen gemacht soundcraft macht hast es ist auch schon länger her dass du schrauben und schraubendreher mitnimmst ja ja und ist heute ein sieb darum ist vielleicht auch nass neben meinem schreibtisch ein bisschen die soße raus so dann hätte gesagt nehmen mein zauberstab long ein zauberstab long wenn ihr mir das ganze zeug raus dann kommst du weg weg der jubiliert wenn ich noch richtig aufgestellt hätte hätte ich auch noch rebelliert so das heißt wir haben jetzt hier das crafting wir können jetzt hier unsere zauberschaft magie machen wir haben unsere skriving tools wir haben das hier drin alles sauber alles schön wie gesagt jetzt da weiterzumachen macht eigentlich eigentlich aber ich bin es so nett und vor allem ich mag es jetzt eigentlich aus einem grund dass ich das rezept offen habe dass ich das rezept sehe jetzt haben wir nämlich die research node da und wenn ich jetzt das dann hier reinschmeiß also bis jetzt weiß ich vier die drei weiß ich nicht und das sind jetzt die ganzen soundcraft aspekte und das kriege ich halt durch scannen raus also das habe ich jetzt schon so oft gemacht dass ich jetzt das nochmal mit euch zusammen mache halte ich für ein bisschen übertrieben also werde ich einfach wie gesagt durch scannen wenn ihr genau wissen wollt wenn ich wie ich was gescannt habe um das zu kriegen schreibt es mir dann in die kommentare oder das video und das nächste video wenn ich sehe dann schreibe ich es euch oder ich zeige es euch dann sozusagen in eins der 1000 video später gefühl kannst du so vor als wäre ich mittlerweile schon soweit genau aber nee also wie gesagt einfach runter und ich ich notiere mir das auch ich habe da auch teilweise man schon mal in den listen und ich will es dann sowieso separat anfangen in meiner in meiner schönen excel ist dann auch im soundcraft bereich drin zu stehen haben welches aspekt man woraus scannen kann in welcher reihenfolge wie gesagt stein ist klar ist eins mit der ersten und aqua und zum beispiel ignis zu verknüpfen damit man anderen kriegt das lassen wir mal weg wir scannen alles weil es geht nämlich habe ich nämlich schon gelesen man kann man kann man kann definitiv und ich habe es ja auch schon im auf dem zocken server mit sebo zusammen gemacht man kann alle aspekte scannen wie gesagt wenn er was wissen wollt wie man was kennen wo man was kennen muss ich kann auch gerne dann irgendwann mal dann so so ne so ne so ne schöne folge dann dazwischen klemmt wenn das genau wissen wollt aber wie gesagt unten in die kommentare sonst sage ich ja ihr akzeptiert das und genau dann haben wir nämlich jetzt unseren soundcraft bereiche hier kommt noch mal eine bücherei hin und ich bin und dann kommen hier die ganzen christels dran dass sich dann der tisch auflädt aber das machen wir wenn es soweit ist und ich auch noch glaube ich mich ein oder zweimal informiert habe dass ich da euch kein käse erzählen genau so also wir sind unter der stunde geblieben hervorragend und dann hätte ich gesagt sehen wir uns das nächste mal genau in dem sinne danke fürs zuschauen und bis der nächste nach ciao 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 ciao